Ja, das hier ist ein schönes Elektroinstallationsrohr. Eigentlich habe ich es nicht bestellt, aber irgendwie hat ein Händler das als Transportverpackung mehr oder weniger genutzt, um eine Stange zu versenden. Und ja, jetzt habe ich hier so ein Teil. Ob ich es brauche, weiß ich nicht, aber wenn ich es nicht brauche, weiß ich schon, weil ich schon anfangen kann. Das ist nämlich ein tolles Musikinstrument, muss ich feststellen. Das ist nämlich ein tolles Musikinstrument, das ist nämlich ein tolles Musikinstrument.